Über die grundsätzliche Möglichkeit der Enteignung haben wir uns in drei Minuten Umweltrecht vor einiger Zeit bereits unterhalten. Heute gibt es sozusagen den zweiten Teil dazu, nämlich das Enteignungsentschädigungsverfahren. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Wir wissen, dass es in Österreich die Möglichkeit gibt, nach verschiedensten Gesetzen, beispielsweise dem Wasserrechtsgesetz, den straßenrechtlichen Vorschriften oder anderen Gesetzen, dass Enteignungen ausgesprochen werden können, wenn beispielsweise einer zu errichtenden Autobahn ein Grundstück oder ein Haus im Weg steht. Das letzte Mal, wie wir darüber gesprochen haben, hatte ich auch festgestellt, dass es dafür dann eine Entschädigungsleistung geben soll. Wie wird diese Entschädigungsleistung festgesetzt? Hierfür gibt es ein entsprechendes Enteignungsverfahren. Bei einer Verwaltungsbehörde wird teilweise losgelöst vom eigentlichen Projektgenehmigungsverfahren, also vom Genehmigungsverfahren beispielsweise für meine Autobahn, ein Enteignungsverfahren durchgeführt. Im Rahmen dieses Enteignungsverfahrens wird dem Grunde nach geprüft, ob die Voraussetzungen der Enteignung vorliegen und der Höhe nach ein von einem Sachverständigen in aller Regel festgesetzter Ersatzbeitrag, eine Entschädigungsleistung festgesetzt. Wenn dieses Verfahren zur Unzufriedenheit beispielsweise des zu Enteignenden ausgeht, dann gibt es da natürlich auch Rechtsmittel. Wir leben in einem Rechtsstaat. Allerdings splittet sich dort das System ein klein wenig auf, während eine Verwaltungsbehörde noch über die Enteignung dem Grunde nach entschieden hat, wird diese Entscheidung dem Grunde nach auch in der öffentlich-rechtlichen Rechtsschutzschiene belassen, während in aller Regel die Entscheidung über die Höhe der Entschädigung dann vor einem Zivilgericht noch einmal hinterfragt werden kann. Das heißt, da tritt in diesem Punkt die Enteignungsentscheidung außer Kraft und vor einem Zivilgericht wird in aller Regel unter Beiziehung wiederum von Sachverständigen, die den Wert der enteigneten Sache festsetzen, der Geldbetrag, der Entschädigungsbetrag neu festgesetzt.